Sehr geehrte Damen und Herren, auf ÖF2 übertragen wir die Live-Übertragung aus dem Parlament mit der ersten Budgetrede von Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Auf ÖF3 können Sie wie immer die gesamte Debatte weiter mitverfolgen. Auf ÖF2 folgt jetzt gleich die Zeit im Bild. Da sehen wir in intensiven Kontakten und Verhandlungen. Die deutsche Position, die österreichische Position ist, dass wir die einheitliche Preiszone wollen. Und die Preisfestlegung ist ja nicht eine Festlegung von einer bestimmten Marke her, sondern würde das System ergeben. Das ist der Hintergrund. Und wir wollen natürlich nicht ein System haben, wo dann, wenn es diese einheitliche Preiszone nicht gäbe, die Preise möglicherweise aus dem Grund in die Höhe gehen. Das ist dieser Hintergrund, das haben wir wahrscheinlich von der Zeit.